Sch-sch-sch-sch. Messer hins, bitte. Warte, warte, warte. Noch nicht, noch nicht. Lass die Drohne zu ihm kommen. Warte da drauf, bis er sich selbst mit der Drohne sieht. Das wär voll geil. Lol. Jetzt. Jetzt, Jus! Oh mein Gott, jetzt kann man so schuckern, Jus. Oh mein Gott. Hahahaha. Hahahaha. Stop the hostels for securing the container. I got him. Marvin, chill. 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 Hahahaha. Das ist halt viel zu lange gedauert. Warte, ich späh mal ein und guck, was er macht. Ok. Laufen wir hier, ey? Was machen wir hier für ne Scheiße? Ich hab den Bug gefangen. Jus, was macht der da? Nein! Denate, denate, denate! Boah! Jetzt hängt er nicht auf. Fuck ihn wieder. Hahahaha. Go away. Kill him, please. Ich lass ihn jetzt hier drin, ne? Ich lass ihn jetzt hier drin, ne? Time to make a good to die. Hahahaha. Hahahaha. Er hat so Facts. Er hat Facts gesagt. Er hat so Facts. Hahahaha. 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 Oh Mann. Oh mein Gott. Jetzt frag dich. Hahahaha. Auftsch. Hahahaha. Ein Scheißschuss. Dein Zehennagel muss rausgucken und du bist tot, ey. Hahahaha. Hahahaha. Fragen nach die Mia 효che. Hahahaha. 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 Das war zum Hüsten. Hahahaha. Gut Job. Wo der Typ richtig überfordert ist, ey. Gut Job. Alter, wie weit ist der geflogen? Der hatte ne Prezi, Alter, das heißt. Oh, nicht. Sorry, ey. Irgendwo war der Geschoss. Der hat nach Uganda gezogen. Scheiße, einer war da hinten, der ist aber abgehauen. Joos, warte. Warte, ich sag dir, wann... Ey, Dima, Dima, Dima. Wappi, ist das? Ja, mach, 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 mach. Sorry, Digga. Mach die Claimer, das ist gut. Ey, da kommt ne Kev, Joos, da kommt ne Kev. Ich sag, wann sie rüberspringt. Nein. Was? Hallo? Oh mein Gott, da sind drei Leute. Funktioniert die Claim? Die geht durch, die geht durch. Nein, nein, kommt von hinten, nein, kommt von hinten, Marvin. Kill ihn. Ja, komm, komm her, komm her, komm her. Nein, nicht killen, nicht killen, Joos. Nicht killen, nicht killen. Geh zur Claimer, geh zur Claimer. Uff. Fuck off. Oh Mann ey. Hat doch klappt. Hat doch klappt. Lol, sie ist schlafen gegangen. Sie macht die Claimer kaputt. Warte, Watzmo, warte. Ich hab ne Idee. Ich brauch Content. Ja, okay. Marvin, guck. Kaboom. Oh mein Gott. Uff. Warte, was ich gemacht hab. Oh no, Alter. Ich hab was für dich. Boah, ist so gemein. Du kannst doch nicht planen, irgendwie. Rechts von der Seite, Marvin. Wie, was mach ich hier, Mann? Du kannst doch nicht planen mit der Ecke, ja. Ich mach mal die ganze Scheiße und leg dich dann da hin. Leg dich einmal auf den Diffuser. Oh mein Gott. Wenn du dich einmal hinlegst. Marvin leg dich auf den Diffuser. Bei die ganzen Leichen. Ich kann nicht hier durch. Jungen, auf den Diffuser, du Pissbirne. Nein, nein, nein. Ist gut. Oh mein Gott. Warum lehnst du dich nach... Nee, gar nicht. Da hab ich nichts gesehen hab. Da ist ne Claymore links vor dir, oder? Ey, geh nur ein Messer, Marvin. Glauben! Nein! Boah, was? Boah, Junge. Boah, Junge. Der Thurman hat die Strats, ey. Der Thurman hat die Drats auch. Das weiß man, das ist allgemeinbildung. Uh. Das war ein schöner Headshot. Danke. Alter, was? Alter, spürt ihr das auch? Jaja, ich spür's auch, ne Homo. Spielen Sie es, Mr. Christmas. Das ist irgendein Glitch in der Matrix, Alter, auf dieser Halde. Ein Glitch in deinem A-Trix. Hier vor! Da oben, Digga! Hier oben! Ach, die Scheiße! Er ist genau hier, er rennt weg. Boah, was ein Trottel. War auch nicht plierend. Wo sind denn alle Gegner hin? Wisst ihr, wo die sind? Ich hab ihn getaunt. Wow, der Leerker hat mich voll er... What the fuck? Das ist gar nicht mein King. Ich hab ihn getaunt. Jappi. Nein. Er hat mich so auslundern genommen, Alter. Er dritt ja auch gleich. Er hat den Jost gemacht. Was machst du da, Marvin Rigg? Da ist der Jäger. Da ist diese Claymore, ne? Wow! Oh, Junge. Das macht keinen Spaß. Die haben Jäger. Junge, wie sollen denn Smurfs dieses Game lernen, Alter? Äh, ich keinem. Nice. Nice. Wie sollen Smurfs dieses... Wie sollen Kackbuns dieses Game lernen? Plant it! Wer? Wer? Jost? Ja, chill. Da ist... Piss dich doch mal. Äh, Tachanka war links in der Ecke, Jungs, by the way. Er hat gar nichts gemacht. Bleibt da stehen. Tachanka ist bei euch im Raum. Er ist links in der Ecke. Hä? Ich liebe diese Kackbuns, Alter. Junge, was macht der B*** weiter, Alter? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Fuck, Alter. Ach, Junge, Alter. Die erlaubt keinen Spaß, Mann. Und boom, du hast die Dynamite. Boah, Scheiße. Also, hm, killt dich das wohl? Bei mir ist ein wildes Kapkan. Ich glaube, es ist schlecht. Boah, nachrufen wir. Nachrufen wir. Fast drop, fast drop. Hier. Hier sind zwei bei mir. Ich wusste nicht, dass er so viel Leben abzieht. So. iPhone 9. Als ob das geklappt hat. Habt ihr die Masse lachen gehört? Ja, ja. Digga, ich hab mich einfach unter ihn gelegt. Oh, er hätte ja sein altes Mic gehabt, Alter. Das hätte sich so geil angehört. Hier ist einer, hier ist einer. Nein, nicht töten! Das geht? Keine Ahnung. Auf der Treppe, Marvin. Und links von dir. Uwe, Jobber! Alter, was? Hä? Ich dachte, ich hab ihn gekillt. Oh nein, auch von da hinten, auch von hinten. Es ist so klein. Kommen die alle hier hin, ey. Die planten, by the way. Die planten doch nicht. Okay. Was? Wie sah das aus? Aber sie sah sehr süß aus, als sie mich getötet hat. Sie sah sehr süß aus. Ja, das war voll der Zungenbrecher. Junge, Alter, der ist Crank. Junge, der ist Rambo, ey. Ich hab drei HP. Was? Einen. Arvin, schmeiß mal die Flashbang hoch und versuch die zu fangen. Wieder Valkyrie Eye, Alter. Das Diving! Ich wusste, wie das geht. Oh man. Da ist einer. Warte, Marvin. Es gab keinen. Er ist wild. Ey, warte, warte, warte! Deftig! Los, rive ihn! Schieeees! Ich hab... Kommt mir schon mal aus rum. Warte, ich blitze, ich blitze. Kizzy! Hat jemand irgendwas? Hast du keine Ahnung? Ist die denn? Alter, Digger! Kizzy! 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 Boah! Digger, guck mal wie sie chillt. Kizzy bei euch auch so? Ja. Also ich muss das in der Mitte. Warte, 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 warte. Was war das für ein Sound von dir? Er ist down, Digger, ist down! Facht da! Hat noch jemand irgendwas? Was? Ich hab brechen. Das sind zwei Kills in der Runde. Ja. Fotzmo! Fotzmo? Gara! Und Toganda! Komm jetzt! Ihr beide sehnt so geil aus. Warte, bei mir ist einfach kein Bild geladen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Diese Pinnelnasen! Was hast du denn auf einmal? Alter, ich hab die gerade angeguckt! Und dann Timo ey! Scheiße! Oh Gott! Guess I did more! ный